Immer wieder schön so ne abendliche Runde Rainbow verlieren, das macht doch Spaß. Aber ich verliere lieber 3-2 als 3-0 oder so, dann hat man wenigstens das Gefühl gehabt man hätte was geleistet. Oh, voll was Lieblingsmap. Kommt jetzt hier mit dem nächsten Season noch ne überarbeitete Map? Wird Kaffee jetzt überarbeitet? Auf jeden Fall Kanal dieses Jahr auch noch, das weiß ich. Ja also Kanal und Kaffee, aber ich weiß nicht welche zuerst dann. Das weiß ich auch nicht. Ein Magnetar. Das sollte uns jetzt Sorgen machen, wenn wir Magnetar hier mitten zwischen uns hätten. Magnetar S, das ist nur ein kleiner, Größe S oder? Hm, das wäre trotzdem schlimm genug. Vermutlich. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. In diesem Bereich ist ein HVS aktiv. Ey, mach mal die Luken dicht, Mädels. Ah, wollte ich auch grad. Mach mal hier die andere. Okay. Da hab ich noch eine. Und vielleicht hier oben zum Durchgang hin ein Fenster anbringen, ne? Nach draußen. Ja, ja. Das wäre gar nicht verkehrt. Da räumen wir eigentlich keine Fenster, ne? Helo. Nee, unten keine, da hast du ja gar keine Schnitte mehr. Ich komm mal hoch zu dir, ne? Hm. Geht ja gut los hier. Ich hab vorhin von unten auf die Mira-Fenster, aber... Irgendwie mal noch nix. Wow! Naja, der schießt von unten durch die Wand. Ich hab die Kugel nur so mir vorbeifliegen sehen, ne? Der soll mal ruhig seine Munition vergeuden für sowas. Ja. Ja. Da kannst du aber mal sehen, wenn wir gar nicht hier oben wären... War ne Drohne. War ne Drohne. Wenn wir gar nicht hier oben wären, hätte er schön seine Munition verbraten. Findest du? Ich war hier. Ja, so hat er es auch vergeudet. Ja. Ich meine, er wäre abgelenkt und wir könnten in der Zeit woanders operieren. Wo ist denn der jetzt gef... Ach, da hinten. Ich hab mir den Gang hier, der nach draußen zur Tür führt, hab ich ne L-Armine gelegt. Warte, ich hab Halus. Ich dachte, die hätte ja gerade... Ich werde vervollen von Jekyll. Ich bin auch gar nicht viel gelaufen. Hier ist gar nix. Was ist das denn? Wo bist du denn? Ach, unter mir. Ja. What? Oh, keiner mehr im Objective filmst den Boden. Die sind schon da drin. Okay, gut. Huiiii! Oh, einer ist aber in der Pfalle geteilt. Wo ist sie? Äh, das müsste... Ja, da wo die Küche ist. Hier kommt einer um die Ecke. Da ist noch einer. Von beiden Seiten. Gunnar. Hier auf der anderen Seite ist auch einer. Ich seh den Schatten. Also rechts und links. Mhm. Ich seh den nicht mehr. Hier haben sie gerade ne Wand aufgemacht. Pass auf, die hat die Kamera. Ja, bleib da. Da sieht sie dich nicht. Ich dachte ja, wenn sie in die Ecke kommt. Oh, in der Küche ist Jekyll. Hier, hier kommt er. Hier. Okay. Ist der der Maid? Die Kamera ist weg. Okay, Jekyll ist wahrscheinlich nicht... Sie sichern. Genau. Mhm. Fünf Sekunden. Ah, fuck. Eigener Tobi eliminiert. Mission gescheitert. Oh, halt ab. Die kriegen jetzt auf die Kette. Wenn der Mark hier mit seinem Elite Skin prollt, dann muss ich auch mit prollen. Ja. Jetzt war das blöd. Vielleicht, wenn man oben bewacht ist, soll man die Luken wirklich gar nicht verstärken, ne? Dass man im Zweifelsfall noch wieder rein kann. Ja. Das bitte ich. Guter Operator! Mhm. Ich wollte noch mal gucken, was mal ein anderer Daily war. Ich weiß es schon gar nicht. Wenn ich eigentlich jetzt auch mal FDI spielen könnte. Das ist ja jetzt super... ...getast, ne? Ja, Problem ist, wenn man sie immer so oft die Weeklys festsetzt, dann... ...spielt man so versteift irgendwelche Operator? Ja. Ja, aber... Die wär ja sogar FDI ja, also... Ja, ich sag ja nur. Ich weiß gar nicht, warum ich sie gerade jetzt nicht nehme. Ach, hier, wo wir waren. Auf der Arbeit. Der neue Fahrgutbehälter wurde lokalisiert. Deswegen spiele ich jetzt mal was anderes, denn ich spiele die ganze Zeit mit Ash-Shits. Ah, ja. Ist ja nicht so, als wäre das voll die Qual für mich mit Tibana zu spielen. Also kriegen wir vielleicht mal die Luken noch auf und so, ist auch nicht verkehrt. 10 Sekunden bis Einsatz. Luken. 5 Sekunden bis Einsatz. Sehr schön. Ja, gut runterfusen. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Hahaha. War im Magazin reingedrückt, ey. Gibt's doch nie, ey. Wo sind sie? Irgendwas pingen, nicht vergessen? In dem Zwischengang. Ich kann nicht pingen, während ich da rumschieße. Das ist ein bisschen doof. Da war er. Da hat er jetzt die Pistole in die Hand genommen. Das stimmt mit dem nicht, ey. Das war da geseilt. In den Mittelgang noch? Ja, ja. Aber hier ist ein Killhole. Ja. Ich fuse mal rein in den Mittelgang. Bereit zum Durchbrechen. Überall Killholes, ey. Ich krieg Raster aus. Streusprengsatz einsatzbereit. Streusprengsatz wird abgeliefert. Nicht bis 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 Ah, shit, in der Küche ist einer. Den besuche ich jetzt. Äh, was? Ist aber schon oben. Ah, fuck. Ganz oben ist Kavara. Ja. Jack, äh, Volver. Die will gleich gleich die Treppe runterkommen. Oh. Scheiße. Ach, alter. Ach ja. Ach ja. Ja, ja, ja. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Die andere Luke lasse ich mal zu und verstärkt. Dann haben wir eine Luke, die wir runter können. Hat einer noch eine Wand? Nee. Nee. Okay. Hier geht's schon los, oder was? Die haben wir auf dem Flur rumgedrohen, Volker. Ich weiß. Der hat mich schon ausgedrohen, deswegen bin ich weg. Ich glaube aus dem Keller kommt einer. Und wo? Boah, ich weiß nicht, hier sind zwei Drohnen auf dem Flur. Haupteingang haben die Tür aufgemacht. Ich hab den Mittelgang zugeholzt. Tür ist sicher! Ich glaube hier kommt irgendwo einer. Ja, bei mir. Wir müssten zwei sein. Einer kam zur Tür rein nach draußen und einer von unten hoch. Ja, einer ist hier am Kücheneingang an der Tür. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Oh, ich höre auf zu spielen heute Abend. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt fünf HP, ich krieg die nicht weg, Nomad. Der liegt bei mir. Der schrotzt aus der Nähe, ey. Die trifft mich überhaupt nicht. Ich bin gleich wieder da. Küchenflur habe ich einen weggeholt draußen. Hier schießt einer am Fenster rum. Und? Am Dach gegenüber sind welche. Hm. Der langen Flur scheint auch einer zu sein. Au! Au! Oha! Ich hab ein kleines Problem. Das wird ziemlich schwer. Der platziert. Er wird blöd! Der platziert. Ah, fuck! Für mich. Das wird ziemlich schwer. Wo sind sie? Sind sie draußen oder wo sind sie? Langer Flo, kommt Ash. Nur noch 15 Sekunden. Die Zeit läuft in 10 Sekunden ab. 5 Sekunden. Ja, kommt man nicht weit, ne? Alles zu. Come on. Die Gegner konnten ihn, wer hält er nicht rechtzeitig sicher? Der eigene Trupp gewinnt. Da lagen nur 5 oder 6 Gumi in dem Raum, ey. Die waren in dem Fußballraum, glaube ich. Und haben von da rüber geschossen. Die Schweinebacken, ey. Kamen sie jetzt geil dabei vor. Jetzt sind sie bestimmt nicht bei den Booten. Genau, weil wir jetzt die richtigen Operator haben. Um die Wand aufzumachen. Ja. Der Bio-Befahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Nee, Boote sind zwar nicht. Überm Kartenraum, glaube ich. Ostgebäude oben. Ganz oben. Aber weiß noch nicht genau. Ja. Da laufen welche rum, aber ich... Ja, hier oben ist Objective... Hier ist auch die Außenwand verstromt. Spawne ich mal lieber da... Construction Site, oben rechts. Position des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ist die schon weg? Da hinten die Kamera, ja. Die haben schon... Ach gut. Wunder mich schon. Die sieht nämlich von mir noch aus, als wäre sie heile. Und da passiert einfach nichts. Oh, hier brauchen wir einen Catcher. Oder wo? Ah, hier. Oben an der Außenwand. Da war einer hier im Objective. Alter. Jäger kommt mit dem rausgelaufen. Bei Bandit, meine ich. Zeit, eine neue Tür zu spüren. Was hat der gesagt? Help me fast, hat er gesagt. Ja, das hat er ja... Das habe ich gehört. Das danach habe ich nicht verstanden. Scheiße. Scheiße. Der Typ, ey, help me fast. Ich sehe nur, wie er da unten raus... Wie er aus dem Fenster raus erschossen wird. Und dann höre ich, wie die das Fenster einschlagen. Glaubst du, dann renne ich da hin und revive ihn? Da hole ich mir doch lieber den, der gerade rausspringt. So viel sinnvoller. Ah, egal. Mann, das lief so gut am Ende. So viele Kills noch gemacht. Wer hatte ich denn? Wer hatte ich denn? Dock? Bandit? Kapkan? Es wären leider nur vier gewesen. Und ich hatte jetzt vier. Ich bin nicht noch mal, da unten. Vielen Dank.